Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama moderiert aus Thun. Wir haben heute die folgenden zwei Themen für euch. Im Restaurant Planalp trifft Stadtkultur auf Alpenzauber und IB steht vor dem Saisonstart in Super League. Das Restaurant Planalp unterhalb des Prinzen Rothhorn hat eine neue Pächterin, Fabienne Batezza. Sie führt das Restaurant zusammen mit ihrem Ehemann Reto Kamenisch und Ben Abecle gibt einen Einblick ins Leben der neuen Wirten. Ah, schau, jetzt geht es schon los. Warte, kann ich noch schnell etwas machen? Oder kannst du schnell mit dem Hund das Schoggi-Papier wegnehmen? Merci, danke. Wir sind auf der Planalp, oberhalb von Brienz, unterhalb des Prinzen Rothorn, im Bergerestaurant Planalp oder Wirtschaftli, so wie sie es hier oben so schön sagen. Wirtschaftli beschreibt sich sehr gut, es ist ja recht rudimentär, sage ich mal. Ist es, ja, wir haben hier keinen Strom, wir kochen mit Gas, was ja eigentlich nicht weiss nicht, wie rudimentär ist. Wir haben aber auch einfach sonst Kühlelemente, sind auch Kühlsränke mit Gas und haben dort nicht wahnsinnig viel Platz, haben Strom über Solarpanels, auch nicht weiss nicht wie viel und beschränken uns aufs Minimum. Das heisst, wenn jemand kommt, dass ein eiskaltes Gola noch das Handy aufladen will, was sagst du immer? Schwierig. Nein, gibt es nicht. Die Handys müssen zu Hause aufladen und das Gola kommt aus dem Keller so kalt wie es geht. Im Moment ist es eigentlich noch recht kühl, aber wir haben die ganze Harasse schon zwei Etagen runter. Eine persönliche Frage, du bist im Moment als Prinz, kannst du dir aber auch vorstellen, in Indien zu leben? Ja. Genau. Ja, ich bin viel gereist und ich merke, Eltern sind wieder, dass ich eigentlich fast überall ein bisschen sein kann. Ich bin aber sehr gerne als Prinz, oder ich sage es anders, ich bin sehr gerne auf der Planalp, weil sie so, weil wir hier einfach auf einem wahnsinnig schönen Ort sind, es ist extrem ruhig, es ist äh, wir haben hier die Weitsicht und wir haben die Schönheit von diesen riesen Bergen um uns herum. Ich kann aber gerade so gut wirklich in Indien sein, was sehr laut ist und sehr umtriebig und sehr heiss und ich glaube, ich habe einfach beides, ich glaube, das Schöne ist, beides zu haben. Voilà. Von Berner Oberland geht es jetzt in die Hauptstadt, auch IB steht vor dem Saisonstart in die Super League. Das Ziel ist klar, man will das Double aus Meisterschaft und Goebsiege verteidigen. Ich habe mit ein paar anderen von den Spielern gesprochen, über Lieblingsgegner, die Rom-Transfers und wer das echt das schönste Goal schiesst diese Saison. Ja, ich denke, Basel ist immer ein geiles Spiel, Zürich ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich könnte jetzt keinen Gegner rausheben. Also, jedes Spiel ist wichtig und wir werden uns das Beste geben. Ja, ich glaube, immer wieder die Spiele gegen Basel und gegen meinen Ex-Verein, gegen den FC Luzern. Was ist da so speziell in diesen Spielen? Ähm, wie ich finde, vor allem die Atmosphäre in beiden Stadien und ja, für mich natürlich als Luzerner immer wieder schön nach Hause zu kommen. Also, ich bin es nicht, das kann ich schon mal sagen, weil ich wahrscheinlich kein Goal schiessen würde. Ah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben einen Castor Dimery, der eine sensationelle Schusstechnik hat. Vielleicht packt der noch einen aus wie gegen Winterthur am letzten Spieltag. Wir haben super Stürmer, wo alle in der Lage sind, schöne Goals schiessen. Also, von daher möchte ich mich nicht genau festlegen. Wenn ich muss, dann würde ich mal Dimery ins Spiel rühren. Ähm, ich sage Philipp Ugrinic, ein Hammer aus 25 Metern. Louris Benito von 35 Metern oben rechts. Dir nicht? Ich, meine fliegen ein bisschen höher, über das Goal. Der Ali. Der Ali Kamara. Ja, er hat halt eine sehr rupige Gangart. Ähm, der Schiri drückt vielleicht bei den ersten zwei, drei Mal noch ein bisschen Säug zudrücken. Ich nehme es vielleicht dann schwierig. Ich wünsche mir das natürlich nicht, weil mit einer galen Karten zu verteidigen spielen ist immer sehr schwierig. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er es wird sein. Der Ali lebt auch so durch seine Intensität in den Zweikämpfen. Und, äh, wir sind froh, ähm, spielen wir mit ihm und nicht gegen ihn. Ja, wenn es nach so einem Weltstar wie ein Messi plötzlich da auftauchen würde, wäre, glaube ich, der Letzte würde Nein sagen. Es gibt, glaube ich, so viele Spiele, so viele gute Spiele, die jetzt einen Transfer gemacht haben, zum Teil auch auf Saudi-Arabien, wo vielleicht dann auch die Schweiz hätten kommen können. Vielleicht wäre auch cool gewesen. Aber ähm, schlussendlich, Ich glaube, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit unserer Mannschaft. Der Bräune wahrscheinlich. Thiago Alcantara. Ich schaue ihm einfach extrem gerne zu und, ähm, die Technik ist dann schon nochmal auf anderem liegen. Ich glaube, es wird, äh, ein Lied von der Red Hot Chili Peppers sein. Vielleicht das Can't Stop oder, ähm, Danny California. Irgendso weiss. Boah, es sind ein paar. Aber ich weiss den Namen nie von der Lieder, deswegen kann ich es dir jetzt nicht sagen. Oder Interpret vielleicht, irgendein Künstler? Ähm, Ghana wahrscheinlich. Also ich mache Titel, äh, zufällige Wiedergabe und dann wird ein bisschen Musik gelassen. Dann schalte ich weiter, wenn es nicht gefällt und bleibe ich hängen. Äh, mein absoluter Lieblingslied ist von McLemore und Ryan Lewis, Can't Hold Us. Das ist so mein Favourite. Wo, wenn das kommt, dann wird sicher nicht weitergeschaltet. Das kann ich schon mal sagen. Also, von dem her ist das ganz weit oben. Das war's von heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Noch mehr Infos zu den Beiträgen gibt's auf jungfrauzeitung.ch oder bei unserer App. Jetzt gibt's das Wetter von unseren Kollegen von Meteo News. Schön seid ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für Kanton Bern. Die einen oder anderen von Ihnen sind vielleicht heute am Morgen vor Donnergrollen geweckt worden. Da sind ja bereits schon am Vormittag Schauerzellen unterwegs gewesen, die zum Teil für Gewitter gesorgt haben. Wir sehen hier im Hintergrund Wengen, definitiv Wolken verhangen. Heute am Vormittag. Auf dem Strömungsfilm sehen wir, das Wetter beruht sich jetzt aufs Wochenende hin zunehmend. Einerseits ist es beeinflusst von einem Tiefdruckgebiet über England. Andererseits haben wir den Mittelmeerraum, der nach wie vor Hochdruck geprägt ist. Im Verlauf des Samstags gelangt jetzt mit einer westlichen bis südwestlichen Höhenströmung wieder trockene und am Sonntag dann auch wieder wärmere Luft zum Alpenraum. Am Samstag am Vormittag sind die Wolken dann vor allem im Oberland noch dichter. Da kann es stellenweise auch mal einen Regssprutz mit dabei haben. Richtung Seeland kann sich die Sonne hingegen schon besser zeigen. Das dann bei Temperaturen zwischen 13 und 14 Grad. Am Nachmittag gibt es einen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Es bleibt meistens trocken und es wird sommerlich warm mit etwa 24 Grad. Der Sonntag macht wohl seinen Namen alle eher. Zum Teil haben wir etwas ausdehntere Schleierwolken. Sonst wird es aber alles in allem recht einen sonnigen Tag. Dazu erwarten wir wieder sommerlich warme Temperaturen bis etwa 28 Grad. Bereits am Montag meldet sich aber das wechselhafte Wetter wieder zurück. Zum Teil haben wir also gewitterige Schauer mit dabei. Und sowohl am Dienstag wie auch am Mittwoch gibt es einen veränderlichen Mix aus Sonne, Wolken und Schauer. Auf den Donnerstag, hey, da mag es dann aber schon wieder abtrechnen. Und die Temperaturen liegen im Verlauf der Woche zwischen 23 und 25 Grad. Das war es von meiner Seite. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander.